Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Heute 1. Mai 2023. Mein Name ist Nazila Jafari. Anstatt gestern Abend mit dem Sonntagsupdate wegen dem Feiertag. Heute holen wir es nach. Falls dich interessiert, sehr sehr gerne. Bis gleich. Unsere Nasdaq-Markt von letzter Woche. Einfach nur ein Update. Eigentlich hat sich nichts geändert, aber ich habe letzte Woche auch noch im Intro gesagt. Das ist wichtig zu wissen. Nicht, dass der Markt nach oben oder nach unten, weil viele, viele, viele mich gefragt haben, wieso soll er nicht nach oben gehen. Natürlich darf er nach oben gehen, aber er kann nicht nach oben gehen. Das war wirklich das, was ich gesagt habe. Und wir haben Rekord, dass der Markt vier Wochen am Stück nicht den Seitwirtstrend verlassen hat. Seitwirtstrend ist immer interessant. Wenn du weißt, wo oben ist. Wenn du, dass wir hier schon im März, April darüber gesprochen haben, wo ist für mich negative Servo, Mussele und das ist dann für mich oben. So, und gleichzeitig seitdem sage ich, wo das für mich unten ist. Das heißt, wo wird eine Korrektur maximal sein und darunter wird Short bestätigt. So, gibt es daraus zwei Handlungen für Short. A, kann man Short gehen und da unten dann einfach mal schauen, die Position zu verwalten oder wie auch immer. Also, den Short dann nochmal bei Bestätigung erhöhen. Der zweite Ding ist, genau hier auch mal Long zu gehen. Das ist der perfekte Bereich, um Long zu gehen, wenn da unten dann die Short Bestätigung ist und nicht zu machen. Okay, ich habe selbst hier oben, habe meine Kontoauszüge genug in Instagram gezeigt, habe genug gezeigt, dass das auch noch verwalte. Genauso wie ich hier bespreche, so handele ich, weil ich Systemhändler bin. Also, wir haben, ich habe mehrfach hier unten gezeigt, dass der Markt wieder angehalten wird. Ich habe auch gesagt, Positionen habe ich jetzt gesichert. Der Markt ist nach oben gegangen und genau so einen wunderbaren Nachkauf bis zum letzte Woche am Sonntag. Ich habe diesen Pfeil für euch reingesetzt, genau darüber besprochen. Hey, genau ein Falls Break würden wir, ihr seht ja, dass er den nicht erreicht hatte. Aber ein Falls Break würden wir im Nasdaq bis hierhin sehen und wenn nach unten, dann darauf vorbereiten. Es ist eine wunderbare, ganz ehrlich gesagt, superperfektes Erfolg gewesen, superperfekte Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit hat sich ja die ganze Zeit, wie gesagt, nicht geändert. Oben wurde sehr schwer, den Deckel wegzunehmen, unten ist sehr schwer, den Deckel wegzunehmen. Daher, das ist Wissen im Vorfeld, das kann, wenn das nicht ein Impuls bildet, also ganz massiv dagegen geht, dann wird die Wahrscheinlichkeit für einen Seitwärts-Trend super, super hoch sein. Das haben wir jetzt gesehen und jetzt erlebt. So, was habe ich letzte Woche gesagt? Manche sagen, also viele haben sehr mitgetradet, viele haben sie auch mitgemacht. Ich habe, wie gesagt, auch in Instagram noch einmal hier unten gesagt, dass es für mich jetzt komplette Positionen im Nasdaq gesichert werden muss. Einmal und ein Long kann man dann natürlich, wenn du eine Checkliste hast, in diesen Bereich zu checken, in einem Long reinzugehen. Normalerweise nach der ersten Bewegung schon sieht man, dass der Markt hier impulsiv dann abprallt. Also wenn du mit deiner Checkliste was anfangen kannst, dann ist für mich eine super coole Long-Bestätigung auf jeden Fall in diesem Bereich gegeben. Das haben wir, wie gesagt, auch am Sonntag gesagt, am Sonntag ganz klar darüber gesprochen und die Aufmerksamen, Achtsamen unter euch haben auch wunderbar sich darauf vorbereiten können. So, den Long habe ich, letzten Donnerstag habe ich das gesagt, es ist wieder im Maximal-Mussi-Bereich angekommen. Also sichert eure Position auf jeden Fall. Ist aber auch nicht mal eine kurzfristige, also du kannst natürlich als Trader immer diesen Bereich shorten. Das ist meistens, ist vor allem erfolgreich, siehst du ja auch nochmal auch für den heutigen Tag, obwohl da unten nicht durchgegangen ist. Also kurzfristiges Short-Signal hat das ja nicht mal bestätigen wollen. Aber jedes Mal ist hier auf jeden Fall nicht direkt, weil das nicht impulsiv war bisher zumindest mal, ist jedes Mal für eine Short-Position wunderbar. Wunderbar, dann kannst du traden, dann kannst du sehen, okay, geht es durch, wie in diesem Fall geht es nicht. Das wird immer, immer langsamer, das wird immer korrektiver und entsprechend dann Positionen zu reduzieren oder glatt stellen. So, das haben wir einen Monat lang gehabt. Einen Monat lang, dass wir hier oben in diesen Bereichen wunderbar shorten konnten mit diesem Ziel und hier unten in diesen Bereichen longen können mit diesem Ziel. Also, perfekter geht es wirklich nicht. Deswegen sage ich, zweifelst du noch oder handelst du. Wenn du nicht weißt, wo oben und wo unten ist, dann wirst du garantiert hinterher hecheln, anstatt dich vorbereiten auf diesen Bereichen, die du wunderbar shorten kannst, longen kannst. Was ist für mich, jetzt brauchen wir im Nahrstag besonders morgen und übermorgen, ganz wichtig, also vor allem morgen, Dienstag, ganz wichtig, bitte, wir brauchen einen Impuls nach oben, um nicht force breaking, also das heißt, wir brauchen einen nachhaltigen Impuls, genauso wie er hier hält, muss er halten. Jetzt wird es wichtig, dass er einen nachhaltigen Impuls bis 13.450, 3.5.50, das ist, also nach diesem Bereich, den ihr seht die ganze Zeit, das brauche ich jetzt nicht mehr zu erwähnen, da drüber brauchen wir einen Impuls und dann im Anschluss diesen Bereich nicht wieder zu brechen. Sollte es machen, sollte einen Impuls überhaupt geben, um da drüber zu kommen, um diesen Bereich zu brechen, wird es genauso sein wie der hier, das ist nur ein force break, okay? Also, du musst wieder bitte mit dem Long achten und unteren Bereich schauen, okay? So, ansonsten, für einen nachhaltigen Impuls, müssen wir, müssen wir oberhalb von 13.450, 13.5.50 schaffen, um diesen Bereich auch im Anschluss nicht force breaking. Es wird nach wie vor sehr schwer, das sage ich schon ab Ende März. Leute, das wird nicht einfach sein, bevor wir da angekommen sind, das ist für mich maximal und das, diese maximale wird nicht einfach sein. Habt ihr gesehen? Also, ein Monat lang den Rekord geschlossen, dass wir im DAX und Nasdaq Rekord vier Wochen lang in einem seitwärts mit Ansage geblieben sind. So, wer handeln kann, ist klar im Vorteil, der weiß es, als diesen Markt sogar hätte können, sich vorbereiten, wunderbar auch nochmal entsprechend Gewinne rausziehen. Soweit zum Nasdaq, ganz wichtig, nach oben Ausbruch, wo kann er gehen, angenommen, angenommen, ich mache jetzt Video aus und direkt ist der Impuls da, wie gesagt, Impuls muss über die Beide, über diesen Bereich, der nächste Horde ist hier und das ist nicht, nicht bitte klein zu sehen, es ist eine ordentliche Horde, braucht einen ordentlichen Impuls, darüber hinaus darf die nicht brechen, um weiterhin im Bereich 13,8, 13,9,50 anzukommen. Ansonsten, wieder mal Pustekuchen. So, hier wird es so einfach nicht gehen, außer wirklich Impuls. Das bedeutet, diejenigen, die ihre Position long gehabt haben und haben, haben schon am Donnerstag ihre Gewinne ordentlich einsacken können, um auch Freitag, Samstag, Sonntag auf jeden Fall ein schönes Wochenende zu haben und jetzt haben sie in diesem Bereich achtsam. Also achtsam bleiben, euren Stopp setzen und schauen, ob der Markt, ob der Markt hier weitergibt, ansonsten, ja, darunter wird es, darunter wird es wieder einmal gefährlich. Gut, wir gehen ganz kurz zum DAX. Unser Lieblingsmarkt, den DAX, der ist der berechenbareste, die beste, so, die beste. Gut, wir haben hier im DAX genauso gesprochen, genauso besprochen, also, ähm, bleiben wir bei den letzten, letzten paar Wochen. Also, ihr wisst ja schon, genau so, der DAX ist ein bisschen, bisschen anders gelaufen als Nasdaq. Als wir an den Muszielen, den Maximalbereich, habe ich grün markiert und seitdem, habe ich gesagt, das ist wichtig. So, darunter brauchen wir nicht, also wirklich nicht mal annähernd zum Shortbestätigung haben, also, wollt ihr Longen, bitte nicht hier oben machen, dann ist doof. Wollt ihr Longen hier unten aufbauen, so, oder maximal haben wir ja, seit Wochen davor, Anfang April, diesen roten, wunderbaren Gesetz. Wo kann der DAX gehen? DAX ist immer noch unverändert. DAX Falls Breakout, 14.150 bis 14.150, so, 16.150 bis 16.200, 230. Das bedeutet, wenn der einen Fallbreak gibt und sofort wieder unter diesen Bereich geht, dafür immer wieder, immer wieder, meine Lieben, bitte, darunter ist immer wieder wichtig, immer wieder einen kurzfristigen Short-Signal und Bestätigung nach wie vor. So, haben wir diese Woche auch nicht gehabt, wie gesagt, Rekord, vier Wochen, vier Wochen haben wir das Ding hier oben angehalten, wunderbar. So, nach oben, diesen beiden, ansonsten, genauso wie ich letztes Video gesagt habe, darunter soll er nicht, das ist dann immer noch Longen, der Markt darf mindestens wieder nach oberen Bereich diesen Grünen und wenn sie nicht gestorben sind, dann habe ich euch auch meine Kontoauszüge im Instagram immer wieder gezeigt, dass ich hier jedes Mal hier oben Positionen aufgebaut habe, Positionen abgesichert habe, nach dem Motto Gas rausgenommen habe. Wenn ihr Longen seid, Positionen nochmal, könntet ihr machen, also besser wirklich für euch, dann markieren könnte man nicht und der Markt pendelt wunderbar hier. Das nenne ich Wissen und mit dem Wissen kannst du wunderbar handeln, anstatt immer wieder zu motzen, der Markt läuft nicht. So ist das beide, richtig beide, in diesem Bereich und diesem Bereich, wie gesagt, in jedem Video, die letzten drei, vier, habe ich erwähnt, meine Lieben, es wird nicht einfach werden, oben Deckel wegzunehmen und hier unten nochmal die Bestätigung zu liefern. Es bleibt so, für diese Woche, also wir gehen in die fünfte Woche rein, entweder haben wir einen Falls Break nach oben bis maximal 16.150, wenn es Falls Break sein soll und 16.230 maximal wirklich oder sobald er wieder diesen Bereich darunter geht, immer wieder diese Gefahr, immer wieder diese Gefahr besteht für einen Short-Signal und dann natürlich auch Short-Bestätigung, meine Lieben, Wissen, dennoch darunter ist nichts, noch gar nichts und der Markt muss noch einmal unterhalb 15.680, 630 wirklich fallen, um Short zu bestätigen. Also haben wir es nicht, dennoch immer achten bitte darauf, wenn du auch Borsianer bist, oben geht man nicht long, oben sichert man long Positionen ab und schaut man den Rest, falls man überhaupt dann gemacht hat. Wunderbar, ich möchte es sehr, sehr, sehr gerne ganz kurz, das ist jetzt unser kleines Bild, gehe ich ganz kurz zu dem Big Picture, um zu sehen, das ist für diejenigen, die andere Videos zu faul sind, zu schauen, 15.8.20 setzt er sich da drauf und diesen Bereich sind für mich, Achtung, Achtung und Bestätigung, den Short-Signal, was wir bisher nicht haben. Wir gehen sehr, sehr kurz zu Tesla, möchte ich nicht ganz viel Zeit darauf geben, aber ganz kurz. Da ist es, unsere Lieblings-Tesla, also wir haben in dem Tesla-Video darüber gesprochen, hier in diesem Bereich, der Pfeil ist, der Markt ist einmal nach oben, oben gegangen. Und seit dem Long-Signal, die ich Long Chance, die ich zumindest mal immer wieder in Instagram geschrieben habe, für mich ist das diesem Bereich sehr wichtig, aber es war im März. So, ich habe auch nochmal, für diejenigen, die das letzte Tesla-Video gesehen haben, ich habe auch diesen Bereichen immer wieder in Instagram angekündigt, dass ich meine Positionen komplett abgesichert habe. So, ich habe auch in der letzten Video gesagt, dass ich meinem Short-Signal, der hier oben war, hier auch wunderbar auch abgesichert habe. Kurzfristig habe ich diesen beiden Positionen, die ich von beiden gehabt habe, gehalten, denn das ist hier oben nicht durchgegangen. So, so weit, so gut, beziehungsweise sehr nach meiner Checkliste, ziemlich impulsiv nach unten, das heißt, bedeutet, dass ich meine Short-Position ordentlich halten soll. So, in den letzten Videos zum Checken, könnt ihr alles nochmal anhören, letzte Video seit Ende März, sage ich immer, so fast am Ende, hey Leute, diejenigen, die mich in Instagram mit mir diesen Tesla-Positionen eingegangen sind, noch einmal, müsst ihr wissen, ich habe hier, wenn das hier nicht hält, sofort ratz-ratz in 158, 150 werden wir sehen. So, das habe ich in Instagram nochmal auch mitgeteilt, für euch hier diesen Video gemacht, einen super guten, guten, mit einem guten CRV, ist im Bereich 150 bis maximal 138, sonst ist der Plan kaputt. Das heißt, in diesem Bereich muss die Nasida Jafari, seine Short-Position, jetzt noch einmal mit einem Long zu hatchen. Das habe ich gemacht, habe ich euch auch gezeigt, dass ich in diesem Position, beziehungsweise ab und zuvor, jetzt ist Muss-Korrektur erreicht worden, jetzt können wir schauen. So, erste, es ist immer herrlich, du kaufst im Markt ein und er läuft sofort für dich. Besser kann für einen Händler nicht sein, anstatt dauernd im Minus hinterher zu gucken. Also, du kaufst deine Position und erst rutscht er im Minus, okay? So, das ist zumindest mal, für mich ist das zumindest mal so, manche sind gewöhnt einfach, dass sie Positionen kaufen und erst einmal Minus aushalten, bis irgendwann mal wieder Plus kommt. Für mich ist wichtig, präzise einkaufen, Gewinn liegt im Einkauf. Dann haben wir den Tag danach auch gesehen, der Markt ist wunderbar erst einmal für uns gelaufen. Wichtig ist, und das meine ich, bitte, 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 schaut euch mal, wichtig ist nach oben, nochmal diesen Bereich 168, 176. Brauchen wir darüber zu gehen und darüber zu bleiben, dann ist dieses Longsignal bestätigt. Ansonsten noch vorsichtig, noch vorsichtig, wenn ihr diesen Positionen mitgegangen seid, wunderbar, haben viele geschrieben. Wir sind auch noch reingegangen, Trader, meine Lieben, Trader, Trader erst einmal, bis daraus eine ordentliche Position wird, ist es noch nicht. Aber man kann, besonders in Aktien, ist viel Geld. Genauso wie ein lieber Herr, der mir geschrieben hat, finde ich auch vor allem wirklich ganz lieber. Nazila, halte ich meine Short-Position, ich habe mit dir da oben auch noch gehätscht. Ja, halte, halte, warum solltest du deine Hedge-Position weggeben? Der ist ja doch im Plus, der kann ja kein Brot fressen. Also halte, wenn, wir werden hier, wie ich gesagt habe, auf jeden Fall die Gefahr im Tesla haben, einmal nochmal den unteren Bereich anzutesten. Und darunter wird es echt nicht mehr so schön. Merkt euch mal, das wird nicht so schön. Daher immer in Long-Position, solange am Anfang achtsam bleiben, bis der hier anfängt zu laufen. Oberhalb von 68 haben wir die Situation, auf jeden Fall viel, viel, viel besser über die 76 sowieso. Ich hoffe, es war für euch sinnvoll. Ihr habt viel mitgeschrieben, viel mitgemacht. Ich freue mich auf euren Feedbacks. Ich freue mich über euren Gewinne vor allem. Falls mir Bock habt zu schreiben, würde ich mich natürlich darauf freuen. Ich danke euch und eine maximale, maximale Performance für diese Woche. Alles Liebe der Welt, eure Nazila. .